Ja, da haben die einfach mal eine Burg geentert. Wie geil ist das denn? Das müsste mir mal passieren. Wow, das sieht natürlich geil aus. Die Nebelschwaden. Ja, ich hab ganz viele Sachen gefunden. Ich zeig sie dir. Sie werden dir gefallen. Oh, der Kleine ist natürlich schon munter. Los, komm! Was ist das für ein Geräusch? Das ist Lukas. Komm mit, dann wirst du's sehen. Gut, vielleicht werde ich dann wacher. Hoffentlich. Hier unten. Was auf jeden Fall fehlt, ist ein Kaffee. Lukas! Oh, da seid ihr ja. Gut geschlafen? Kein bisschen. Das Labor ist runtergekommen, aber hat mich inspiriert. Ich hab das große Werk fast vollbracht. Und ihr könnt mir helfen. Oh, ja, ja! Was sollen wir tun? Amicia, ich brauche die Fiole links auf dem Tisch. Äh, in Ordnung. Und ich und ich? Was kann ich tun? Für den letzten Schritt brauchen wir Licht. Ugo, hol deine Kerze. Das schaffe ich! Ah, cool. Aber der Kleine ist auf jeden Fall von seinen Eltern jetzt abgelenkt. Das finde ich ja ganz geil. Oh, da blinkt auch noch was. Wenn wollen wir ja alles einsammeln. So. 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 Das muss es sein. So. Sieht die nicht genauso aus? Ja. Hier, sonst noch was? Ähm, ja, den konzentrierten Lorbeersaft. Direkt hinter mir. Ich hole ihn. Was ist ein großes Werk? Was zum Essen? Das ist ein Elixier, das dein Pfad erleuchtet. Ein Leuchtfeuer für den Träger der Makula. Es ist mir heute Nacht eingefallen. Hier. Gut. Dann jetzt die Engelsträne. Die Krönung der Alchemie. Das Elixier. Hugo. Wow, das große Werk. Ähm, das war eigentlich nicht geplant. Äh. Das macht nichts, Lukas. Vielleicht solltest du dich ausruhen, oder, Hugo? Gut gemacht, Lukas. Du bist ein Zauberer. Amicia, komm. Ich komme. Ja, genau. Er soll sich erstmal ausruhen, weil das wäre mir auch ein bisschen zu blöd, wenn er da rumzaubert und den Kleinen nachher nur eine kleine Ratte verzaubert, oder so. Weil er da irgendwie nicht klarkommt. Oh, mal gucken. Vielleicht können wir was... äh, verbessern. Ausrüstung. Oh, super. Das sollte mir die Sache erleichtern. Super. Kann zwar nicht so viel verbessern, also man muss schon sehr viel sammeln. Aber, okay. Dieses Chateau muss schon seit Jahrhunderten leer stehen. Können wir mir vorstellen, dass dem Kleinen das hier gefällt. Wow. Komm mal, Misia, mach mit! Ah! Na, habt ihr beiden Spaß? Die Inquisition sicher auch. Manny, wir dachten, du wärst weg. Komm, wir müssen reden. Ui. Ich glaube, die haben uns entdeckt, ne? Ja, was ist denn? Dieses Chateau ist eine Ruine. Das ist genau, was ihr braucht. Wer auch immer es gebaut hat, wollte seine verdammte Ruhe haben. Macht keinen Ärger und alles wird gut. Also, gehst du Arthur holen? Wenn ich helfen kann. Arthur ist mein Problem. Du hast es ja gehört. Diese Hunde von der Inquisition haben ihn in die Bastion gebracht. Ich weiß, wo ich suchen muss. Ich finde ihn. Sieh mal, Misia. Und wegen Hugo. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber glaub mir, es ist es wert. Er wird dich retten. Letzten Endes retten sie uns immer. Selbst wenn man Brüdern ab und zu den Hals umdrehen will. Die Symbole, Misia. Wahrscheinlich stimmt das. Das glaub ich dir. Geh nicht ohne Liebe wohlzusagen, ja? Als ob das meine Art wäre. Amisia, komm bitte. Ja, Hugo. Was hast du gefunden? Gehen wir mal hin. Da unten, da ist die Zeichnung. Welche Zeichnung? Die im Speisesaal. Ich zeig sie dir. Komm mit. Ich folge dir. Da wird es aber im Winter ganz schön kalt. Der Tegel eines Alchemisten. Da wird Lukas sich freuen. Das sind dieselben Symbole. Ja. Vielleicht das Wappen der Alchemisten. Hast du den Baum gesehen? Den Baum? Na los, hier rüber. Hm. Ich komm hier schon. Hm. Oh, sieht ja schick aus. Schmetterling. Oh, sind das deine neuen Freunde? Ja. Ich gucke aber traurig. Tut mir leid, dass ich krank bin. Nein, nein, nein. Oh, der sieht aber übel aus. Der verwandelt sich doch bald, oder? Hör zu. Wir werden ein Heilmittel für dich finden. Und jetzt haben wir doch auch Lukas und Melli. Lukas, sieh mal die Schmetterlinge. Sieht aus, als hätte hier jemand Spaß. Es wird immer größer. Ja, ist nicht mehr zu versehend. Die Makula breitet sich in seinem Blut aus. Die Bücher besagen, dass es mehrere Schwellen gibt und der Träger bei jeder Schwelle Gefahr läuft, zu sterben. Wie viel Zeit haben wir? Sehr wenig. Ugo hat die erste Schwelle fast erreicht. Mein Meister und deine Mutter wollten den Prozess verlangsamen. Aber wie? Was haben sie getan? Sie haben an einem sehr komplexen Elixier gearbeitet, um ihm Zeit zu verschaffen. Und kannst du es zubereiten? Mir fehlt ihr Wissen. Doch ihre Arbeit basierte auf einem verbotenen Buch, dem Sanguinus Itinerar. Mit dem Buch? Könntest du also... Leider nicht. Das Sanguinus Itinerar ist gefährlich. Es ist mit anderen Werken im Keller der Universität eingeschlossen. Dorthin zu gelangen ist fast unmöglich, wenn nicht Selbstmord. Gewöhnlich schon. Aber wenn wir uns das Chaos zunutze machen, hätten wir eine Chance. Ich weiß, wo das ist. In der Stadt in der Nähe vom Gefängnis meines Bruders. Wenn du das riskieren willst, helfe ich dir reinzukommen. Wow. Danke. Gut. Ich packe meine Sachen. Komm zu mir nach drinnen, wenn du gehen willst. In diesem Fall braucht ihr Ausrüstung. Ich bereite sie vor. Ugo? Das wäre ganz geil. Es tut mir leid. Ich muss weggehen. Keine Sorge, ich bleibe bei Lukas. Gut. Ich bin bald zurück. Oh, der Kleine tut einem leid. Ach ja. Die Dinge, die wir gefunden haben. Zumindest können wir sie so in diesem Chaos nicht verlieren. Gucken, ob wir noch was verbessern können. Ne. Also man braucht schon ganz schön viel, um irgendwas zu verändern. Endlich. Na, dann wollen wir mal. Hört zu. Eine Sache noch. Laurentius hat einmal gesagt, der Weg zum Buch sei überseht mit Rosen. Haltet also die Augen offen. Rosen. In Ordnung. Werden wir. Okay. Rosen kann man immer gut erkennen. Wie können Sie? Hmm. Ifs.